Willkommen zurück zu Minecraft Bedrock Tech Tutorial. Willkommen zu einer neuen Folge. Heute zeige ich euch quasi wie man in die Addon-Erstellung einsteigen kann. Ich will so eine kleine Einführung machen, so eine kleine Übersicht, euch Ressourcen zeigen, wo ihr euch quasi Wissen aneignen könnt und Websites, die ich dann benutzen werde, um Addons zu erstellen. Dazu werden wir tatsächlich nicht lange hier in Minecraft drinnen bleiben, sondern gehen tatsächlich ziemlich schnell wieder raus. Zunächst aber erstmal gehen wir hier auf Einstellung und dort möchte ich euch was zeigen, was es unglaublich leicht macht, Addons quasi zu debuggen. Wenn es quasi Fehler gibt, kann man die ganz leicht wieder beheben. In die Einstellung gehen wir auf Ersteller und dort schalten wir einfach diese drei Einstellungen an. Einmal Benutzerschnittstelle zum Kopieren von Koordinaten aktivieren. Das werden wir nicht so stark verwenden, aber an sich kann man hier quasi die Koordinaten von sich selber an jedem Punkt in der Welt kopieren. Wenn es irgendwelche Fehler gibt mit Rotationen von Blöcken oder mit irgendwelchen Monstern, die sich an irgendwelchen Orten komisch bewegen, daher kann es immer ganz nützlich sein. Man kann es hier irgendwie irgendwo umstellen, keine Ahnung wo. Jedenfalls gibt es noch zwei weitere Einstellungen, die ich euch zeigen möchte, die auch super nützlich sind. Und zwar einmal die Logdatei für Inhalte aktivieren. Das bedeutet quasi, wenn euer Addon irgendeinen Fehler hat und das Spiel das nicht richtig laden kann, dann werden diese Fehler quasi gespeichert im Minecraft Ordner unter Logs und dort könnt ihr die dann quasi aufrufen, könnt die Datei sehen, könnt quasi Fehler abarbeiten und das quasi reparieren. Beziehungsweise könnt ihr das auch gleich so machen mit der Log-GUI. Wenn man die aktiviert, dann wird hier unter anderem dieser Knopf aktiviert, Content-Log-Verlauf, was an sich auch ganz nützlich ist, dann wird das hier direkt angezeigt. Ihr könnt es auch direkt kopieren und zusätzlich, wenn ihr quasi eine neue Welt öffnet und quasi Addons da drin habt, wenn es einen Fehler gibt, dann werden die Fehler links oben am Bildschirm angezeigt. Das heißt, ihr seht sofort, okay, es gibt einen Fehler, dann könnt ihr im Spiel selber noch auf Einstellung gehen, auf Ersteller, Content-Log-Verlauf und dann seht ihr halt die Fehler, die ihr habt und könnt sie direkt kopieren, bearbeiten, ausbessern quasi und dann habt ihr ein besseres Addon mit weniger Fehler. So, soviel zu Minecraft. Jetzt gehen wir rüber in einen Browser und dazu drehen wir einfach mal den Bildschirm, da ich das ein bisschen bequemer finde. So, da sind wir in Opera. Ich schiebe das hier mal kurz um in die Ecke. Wir haben vier Websites, die wir uns anschauen werden. Einmal GitHub, einmal Bedrock-Wiki, Blockbench und Bridge. Die beiden werde ich heute nicht so genau erklären. Ich werde einmal reingehen und ein bisschen was zeigen, aber das wird erst in zukünftigen Videos drankommen. Grundlegend erstmal die beiden und da schauen wir uns erstmal mit GitHub an. Grundlegend, GitHub ist quasi eine Website, wo ihr Dateien hochladen und für andere Personen freistellen könnt. In dem Fall ist es von Mojang und es sind Bedrock-Samples, also im Grunde Vanilla-Addons. Und da können wir uns das mal anschauen. Ihr seht, es gibt zum Beispiel eine Pre-Release-Version, quasi Versionen, die noch nicht mehr draußen sind, haben bereits Texturen-Pakete und Verhaltens-Pakete. Aber an sich empfehle ich euch einfach die neueste Version zu nehmen. Ihr könnt auch hier ältere Versionen nehmen, keine Ahnung, es werden gerade keine angezeigt. Da, die 1.19.80, quasi die letzte Version vor der 1.20. Jedenfalls haben wir hier die neueste Version und da haben wir zwei Assets, einmal als SIP, einmal als TAR.GZ. Ist ein bisschen anders komprimiert. Ich empfehle euch einfach die SIP-Version zu nehmen. Das sind etwa 115 Megabyte oder so. Weiß ich nicht mehr genau. Jedenfalls kann man sich die einfach runterladen und dann einfach mal anschauen. Ich bin hier in Z-Archiver drin für Android. Link in der Videobeschreibung. Oder wenn ihr auf iOS seid, könnt ihr Documents benutzen. Link in der Videobeschreibung. Jedenfalls, wenn ihr das hier drinnen dann entpackt, habt ihr einen klitzekleinen Ordner mit ein paar Sachen drin. Die beiden hier unten sind relativ irrelevant. Lizenze und README. Die braucht ihr nicht wirklich für das, was wir machen. Wir schauen uns quasi an, wie so ein Addon aufgebaut ist. Und grundlegend, ein Addon ist ein Texturenpaket und ein Verhaltenspaket zusammen. Beide zusammen bilden ein Addon. Das heißt, wenn ihr irgendeinen Ordner habt, ein Ressourcenpaket drin habt, ein Verhaltenspaket drin habt, dann habt ihr automatisch ein Addon. Es gibt hier noch einen weiteren Ordner, der heißt Dokumentation. Den schauen wir uns gleich an. Erstmal zum Ressourcenpaket. Und das beschreibt ganz grundlegend, wie die Welt aussieht, wie sie gefärbt ist, kann man sagen. Im Grunde die Texturen, die Modelle, Animationen und auch Geräusche sind hier drin. Also im Grunde das, was wir durch bloßes Anschauen zum Beispiel in einem Bild erfahren können. Unter anderem gibt es Animationen, Controller, Animationen. Die beiden braucht man für Entitäten und die gibt es leider nicht für Blöcke. Attachables, das sind quasi Rüstungsgegenstände. Ihr seht hier Crossbow zum Beispiel. Die Armbrust ist auch im Grunde ein Attachable, weil man das ganz anders hält im Vergleich zu anderen Gegenständen. Da haben wir Entitäten, Forks, das sind quasi Verfärbungen von Gras und Wasser in unterschiedlichen Biomen. Wir haben Modelle, zum Beispiel eben wieder für Entitäten. Da sind quasi die einzelnen Bauteile gespeichert, aus denen die Mobs quasi bestehen. Wir haben Partikel, wir haben Render Controller, das braucht man auch wieder für Mobs. Sounds, also Geräusche. Texts, das sind Übersetzungen. Ihr seht, da ist eine ganze Menge drin. Quasi alle Übersetzungen, die es gibt, sind hier einfach mal abgespeichert. Unter anderem eben hier de-de.lang. Das ist eben die deutsche Übersetzung. Und zu guter Letzt haben wir Texturen. Und da sind wieder die ganzen Texturen gespeichert, unter anderem von Blöcken. Und dann seht ihr, haben wir hier diese vielen, vielen Blöcke, die inzwischen existieren. Unter anderem eben auch das ganze Kirschholz oder das Bambusholz hier weiter oben. Und das gibt es quasi für alles. Nochmal für Partikel, für Bilder, für Gegenstände, Entitäten und so weiter und so fort. Also da kann man wirklich sehr, sehr weit in die Tiefe gehen. Aber ich werde es hier quasi ein bisschen übersichtlich halten. Grundlegende Ressourcenpakete beschreiben das Aussehen und quasi die Geräusche, die gemacht werden. Und das war es dann quasi auch schon, ja. Dann schauen wir uns das Behavior Pack an. Behavior Pack ist Verhaltenspaket. Und das beschreibt das Verhalten der Entitäten, der Blöcke, der Gegenstände. Zum Beispiel hier haben wir Entities. Gehen wir mal nach unten. Da haben wir Zombie, also ein Zombie. Und da drin steht zum Beispiel, dass der Zombie auf euch zugerannt kommt und anfängt euch zu schlagen, wenn er nah genug ist. Aber es gibt auch andere Sachen, wie zum Beispiel die XP-Kügelchen und XP-Flaschen, die an sich keine Tiere oder Monster sind, aber trotzdem in irgendeiner Form quasi eine Entität sind. Und da gibt es quasi alle, ja, alle Entitäten, die in Minecraft existieren. Ihr seht, hier gibt es keine Blöcke, was sehr, sehr schade ist. Denn ihr könnt euch nicht anschauen, wie zum Beispiel eine Kiste funktioniert oder so. Und tatsächlich, nach meinem Wissensstand, sind Kisten überhaupt nicht möglich, ja. Das heißt, wir können uns vielleicht mal anschauen, wie Kisten-ähnliche Entitäten funktionieren. Aber Kisten an sich geht leider nicht. Jedenfalls haben wir hier auch wieder Items, Loot-Tables, also quasi was Monster-Tiere droppen. Recipes, Rezepte für die Werkbank zum Beispiel, Spawn-Regeln. Zombies spawnen nur in der Nacht. Und dann haben wir hier den Handel für die ganzen Dorfbewohner, beziehungsweise, glaube ich, weiß ich nicht, sehe ich gerade nicht, für den Wandern Händler. Und damit haben wir quasi die beiden, ein Ressourcen-Paket, ein Verhaltens-Paket. Die definieren ein Add-on. Was macht die Dokumentation hier? Im Grunde ist die extrem, extrem nützlich, ja. Da drin werden quasi alle Komponenten von jeglichen Sachen gespeichert. Ganz grundlegend. Zum Beispiel Blöcke, ja. Wenn wir da draufgehen, was ich jetzt gerade nicht machen werde, weil es sind so viele. Da sind verschiedene Komponenten, die ein Block eben haben kann, wie zum Beispiel, er ist entflammbar oder er hat einen gewissen Explosionswiderstand oder ähnliches. Quasi alles Mögliche, was ein Block beschreiben kann, wird hier drin quasi aufgezeigt. Dann könnt ihr euch das anschauen. Ihr seht, okay, diese Komponente gibt es. Die könnt ihr beim Block hinzufügen oder auch bei Entitäten, bei Gegenständen und so weiter und so fort. Das ist quasi alles hier drin. Ist allerdings ein bisschen unübersichtlich und vor allem, wenn ihr hier ganz neu dabei seid, empfehle ich euch das noch nicht sonderlich. Da gehen wir dann eher auf eine andere Website. Dazu gehen wir wieder zurück zu Opera. Einmal zurück zum Hauptbildschirm. Und dort haben wir das Bedrock-Wiki. Da klicken wir einfach mal drauf. Die Website heißt wiki.bedrock.dev. Und damit habe ich gelernt, Addons zu erstellen. Ihr seht den Beginners Guide. Da können wir einfach mal draufklicken. Ich werde da nichts vorlesen. Das ist viel, viel zu lang. Aber hier wird quasi alles ganz grundlegend erklärt. Wie man ein eigenes Addon erstellen kann. Zum Beispiel werden dort Addons auch erklärt. Ein Addon ist quasi das Äquivalent zu Java Mods. Genau. Aber auf Bedrock werden quasi die Addons offiziell von Mojang unterstützt. Im Gegensatz zu Java, wo das quasi nur durch die Community passiert. Das ist eine ziemlich solide Erklärung. Würde ich so auch zugeben. Ja. Und grundlegend könnt ihr hier quasi nicht nur den Bedrock Guide haben. Also nicht nur den Beginners Guide. Ihr könnt auch Hilfe bekommen auf dem Discord-Server. Da war ich tatsächlich noch nicht drauf. Aber ihr könnt euch anschauen, wie Befehle funktionieren. Entitäten, Items, Blöcke. Und die haben auch alle Beispiele, dass ihr quasi das einfach nachschreiben könnt. Und dann habt ihr schon einen eigenen Blog, eine eigene Entität und so weiter und so fort. Scripting gibt es auch. World Generation, also quasi Biome und so. Auf jeden Fall eine ganze ganze Menge. Wenn ihr wieder eine Dokumentation haben wollt, dann könnt ihr hier mal nachschauen. Einmal bedrock.dev und msdocs. Wir gehen mal auf bedrock.dev. Was im Grunde genau dasselbe ist, wie die Dateien, die ich euch eben gezeigt habe. Nur könnt ihr hier auch die Version auswählen. Bis zu 1.2 geht es bis ganz nach unten. Und dann haben wir hier auch wieder die ganzen Sachen, die ich euch eben gezeigt habe. Unter anderem eben auch Blöcke, Entitäten, Gegenstände. Und zusätzlich gibt es hier noch msdocs, quasi von Microsoft, die offizielle Dokumentation. Und die ist ein bisschen unübersichtlicher, worüber ich sehr traurig bin. Hier wird so gesagt, ja, hier kannst du Addons erstellen, Blog Wizard, Entity Wizard. Und dann geht das quasi so ein bisschen hier verloren. Also ja, ich finde es nicht ganz so schön hier aufgebaut, wie auf bedrock.dev. Aber immerhin, es gibt es auch offiziell quasi eine Version, die ihr euch auch anschauen könnt. Und die bekommt ihr halt beide eben durch wiki.bedrock.dev. Wenn ihr da drauf seid, oben links. Und dann könnt ihr die beiden Links aufrufen. Daher werden die beiden nicht in der Videobeschreibung verlinkt sein. So, Hauptmenü. Gehen wir zu Blockbench. Ihr kennt wahrscheinlich Blockbench schon, wenn ihr irgendwas mit Addons jemals gemacht habt. Selbst wenn ihr Java-Mods hattet und euch angeschaut habt, dann kennt ihr das wahrscheinlich auch. Denn Blockbench wird von beiden Versionen vom Spiel genutzt. Ihr seht Java-Item-Block, Bedrock-Entity, Bedrock-Block, Entity-Model für Mods, Optifine-Entity, Minecraft-Skin. Heißt, im Grunde jedes Modell, was ihr machen wollt, in irgendeiner Form kann man hier erstellen. Wir gehen einfach mal ganz kurz auf den Block. Da werde ich nicht großartig was machen. Dazu kommt im zukünftigen Video noch ein genaues Tutorial. Ihr seht jedenfalls hier haben wir diesen kleinen Plan. Dann können wir hier hingehen zum Outliner und können einen Block erstellen. Seht ihr, dann können wir den hier mit den verschiedenen Achsen verschieben. Wir können den auch größer machen mit dem Vergrößerungstool hier quasi. Ja, Größe ändern heißt es. Und dann können wir das quasi so groß machen wie wir wollen. Die maximale Größe für Blöcke beträgt 30x30x30 Pixel. Das heißt, größer als das darf der Block quasi nicht werden. Und zusätzlich, der Block darf quasi nicht viel weiter rausgehen aus diesem Feld als irgendwie zwei Pixel oder so. Irgendwie ist es gerade ein bisschen anders, keine Ahnung. Jedenfalls, das war's quasi zu diesem klitzekleinen Einführungstutorial. Ich weiß, das war quasi gar nicht. Spielt einfach mal rum. Hier könnt ihr ganz viele verschiedene Modelle machen. Ihr könnt noch mehr Würfel hinzufügen. Seht ihr, da kann man einfach nochmal sowas machen. Und dann, keine Ahnung, hat man hier schon einen Fisch oder so zusammen gebastelt. Ich weiß, die Kreativität lässt hier sehr viel freien Lauf. Das ist natürlich gar kein Fisch. Aber ich denke mal, ihr versteht, was ich damit meine. So, wir verlassen das einfach und zu guter Letzt schauen wir uns Bridge an. Da klicken wir auch einfach mal drauf. Und Bridge ist dafür da, um das Addon zu erstellen. Während wir quasi auf Blockbench nur die Modelle gemacht haben für die Blöcke oder die Entitäten, haben wir hier quasi dann das eigentliche Addon, wo wir unter anderem eben auch die Verhaltensdateien von den Blöcken von den Entitäten erstellen. Dazu können wir hier auf Create Local Project und da werde ich jetzt hier ganz schnell durchgehen, irgendwas zusammenschustern. Da können wir irgendeinen wilden Namen eintippen. GFG ist natürlich ein schöner Name und ein GG als Projektautor. Können wir auf erstellen gehen und dann kriegen wir im Grunde schon ein gesamtes Addon quasi vorgelegt, wo wir dann alles mögliche bearbeiten können. Ihr seht unter anderem Entitäten, da ist zum Beispiel der Spieler schon gespeichert. Funktionen gibt es, Loot Tables, Tags. Im Grunde genau das, was ihr euch eben im Vanilla Addon schon gezeigt habt. Nur kann man hier eben noch neue Sachen hinzufügen. Auf New File gehen und dann kann man hier alle möglichen Sachen machen. Blöcke, verschiedene Entitäten, ja hier Standardentität quasi. Gibt es Kühe, gibt es Delfine, Geister und so weiter und so fort. Es gibt auch Gegenstände, wenn ihr eine andere Einstellung noch einstellt, dann kriegt ihr hier quasi auch Schwerter vorgeschlagen und Spitzhacken und so weiter. Und das geht hier quasi bis ganz nach unten mit Rezepte oder keine Ahnung, Animation Controllers oder ähnliches. Also ihr seht, da kann man schon eine ganze Menge mit anfangen. Und die werden wir auch alle benutzen, also Blockbench und Bridge. Und falls ihr die quasi auch offline benutzen wollt, dann geht ihr mal hier oben auf die drei Punkte. Einfach nach unten. Bei verschiedenen Browsern könnte es ein bisschen anders sein. Ich bin hier auf Opera, daher zeige ich es bei Opera. Hinzufügen zu und Startseite. Wenn wir da draufklicken, wird das quasi auf dem Hauptbildschirm angezeigt. Und dasselbe können wir auch nochmal mit Blockbench machen. Wenn wir da draufklicken, können wir genau dasselbe machen. Einfach hier drauf. Und wenn wir dann einmal kurz rausgehen, dann werden die auch hier angezeigt. Ihr seht Blockbench, ihr seht Bridge. Also ganz einfach, ja, die auf dem Hauptbildschirm hinzugefügt. Und dann müsst ihr nicht jedes Mal die Website öffnen, nur um die beiden Sachen aufzurufen. Sondern könnt das eben die ganze Zeit machen. Wenn ihr auf dem PC seid, könnt ihr die übrigens als Programm runterladen. Also für iMac, für Windows und für Linux. Da sind die verfügbar. Ich werde das jetzt nicht genau erklären. Ich bin hier auf Mobile, das bringt mir tatsächlich gar nichts. Wenn ihr auf Mobile seid, wie eben schon erklärt, könnt ihr es euch einfach abspeichern und einfach nutzen. So, das war's im Grunde mit dem Einstieg. Ich empfehle euch, ladet euch die neueste Version vom Vanilla Iron herunter. Schaut euch ein bisschen im Bedrock-Wiki oben. Liest mal ein bisschen ein paar Seiten hier und da. Ein bisschen durchblättern. Ich empfehle euch die Blog, quasi den Blog-Kapitel. Denn das werden wir uns in der nächsten Folge anschauen. Quasi ganz grundlegenden Blog werden wir machen. Blogbench könnt ihr ein bisschen rumspielen. Bridge könnt ihr ein bisschen rumspielen. Könnt ihr gerne alles kaputt machen und dann wieder zurücksetzen. Jedenfalls, das war's dann quasi mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, dann lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.